Ich habe mir schon immer vorgestellt, in einem großen Unternehmen meine Ausbildung zu machen. Also ich finde es super, dass bei der Firma Bauer in Deutschland über 250 junge Leute eine Ausbildung bekommen. Und ich bin einer davon. Die Firma Bauer ist eine Bau- und Maschinenbaufirma im Bereich Spezialtiefbau aus Schopenhausen. Ich lerne einen von 20 verschiedenen Ausbildungsberufen im Unternehmen. Mit meiner Kamera zeige ich euch mal, was wir so alles erleben. Die Ausbildung ist sehr vielseitig und wir verstehen uns untereinander echt gut. Neben der Zeit im Ausbildungscenter bin ich auch oft in den Montagehallen oder auch mal auf einer Baustelle eingesetzt. Neben meinen Hauptaufgaben beim PC komme ich auch im Haus viel herum. Kopieren, Post verteilen oder auch mal ein ausländisches Telefongespräch entgegennehmen. Ok, beim ist das mit. Durch den Abteilungswechsel alle 2-3 Monate ist die kaufmännische Ausbildung sehr interessant und abwechslungsleicht gestaltet. Die Firma Bauer ist weltweit vertreten und hat alleine in Deutschland 4000 Mitarbeiter. In so einer großen Firma lernt man viele Leute kennen und es entstehen auch Freundschaften. Ein Highlight finde ich immer die jährlichen Ausstellungen, bei denen wir auch mithelfen dürfen. Hier zeigt die Firma Bauer mit ihren zahlreichen Tochterfirmen eine Auswahl ihrer neuen Geräte. Hier nimmt man echt viele Eindrücke mit nach Hause, da Gäste aus der ganzen Welt hier sind. Zu einem tollen Konzern habe ich super Chancen übernommen zu werden und mich später auch weiterzuentwickeln. Ich fühle mich hier total wohl und bin echt froh, so eine hochqualifizierte Ausbildung zu bekommen. Das war's von mir und ich hoffe wir sehen uns. Auf Wiedersehen.